Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Die Zuschauer haben ihre Entscheidung getroffen. Und die neue Kids-Plus-Wetterfee ist... Mireille! Mann, die lässt dich ganz schön alt aussehen. Vielleicht klappt's nächstes Mal. Wieso bist du so sauer? Du hattest nur eine halbe Million Stimmen weniger. Die Schwingungen sind sehr stark. Ich fühle den aufsteigenden Zorn und die Traurigkeit. Der Moment der Schwäche meines nächsten Opfers. Leichter Beute für mein Akuma. Ich hätte gewinnen sollen. Ich hab das Talent und den Look eines Stars. Ich bin die Beste. Aber sie hat mir alles weggenommen. Sie alle haben es mir weggenommen. Du hast ja so recht. Du hättest gewinnen sollen. Ja. Ich hätte gewinnen sollen. Ja. Stormy Weather. Ich bin Hawk Moth. Ich gebe dir Macht, sodass du dich an ihn rächen kannst als meine Wetterfee. Und als Gegenleistung bringst du mir die Miraculous. Wirst du das schaffen? Ja. Das ist meine Wetterfee. Zeig der Welt, wer wirklich die beste Wetterfee ist. Kommt schon. Wir schlendern jetzt ganz cool den Weg da lang, so als wären wir nur zufällig hier in der Gegend. Und was dann? Dann? Dann lade ich ihn zu einem Smoothie nach dem Fotoshooting ein. Dann werden wir heiraten, wohnen in einem wunderschönen Haus und haben zwei Kinder. Nein, drei. Und ein Hund. Vielleicht eine Katze. Nein, keine Katze. Ein Hamster. Ich liebe Hamster. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, zufällig dort vorbeizuschlendern. Dann sehen wir, wie weit du kommst. Magnifico. Super. Na komm schon. Ich möchte jetzt in deinen Augen Hunger sehen. Nicht vergessen. Schön. Cool sein. Ähm, er hat uns nicht mal bemerkt. Okay, noch mal zurück. Hast du das gesehen? Er hat mir zugewenkt. Ja, ich hab's gesehen. Nichts Besonderes. Wir sind in derselben Klasse.